Also Patrick Kuhn, danke vielmals, nimmst du dir Zeit für das Interview. Leider hat es nicht ganz an die Spitze gelangt an dem Wintergöpp, aber was nehmen wir mit als Mannschaft für die Rückrunde? Wir haben sicher mehr erwartet, aber es sind halt die kleinen Sachen, die auch jetzt an der Vorbereitung entscheidend sind. Wenn man am Schluss, wenn man nicht mehr so mag, an die kleinen Pässe, die zwei Meter Pässe, die müssen ankommen. Und manchmal haben wir auch Pech hinten. Kleine Pferde werden gleich bestraft und wir vergeben Grosschancen. Und das ist halt am Schluss das, was entscheidet. Aber ja, jetzt haben wir noch eine Woche Zeit und machen wir das Beste daraus. Danke vielmals.